Hey Leute, was geht und willkommen zu Top 5 Designs of the Week Nummer 27. Auf dem fünften Platz haben wir Panda-Designs, also nur Panda. Hier finde ich die Schrift, die finde ich richtig nice, die erinnert mich irgendwie an Clash of Clans oder so, obwohl die halt gar nicht so aussieht. Auf jeden Fall finde ich ein Banner sehr, sehr stimmig, bis auf die Flammen rechts, die finde ich ein bisschen unnötig. Ähm, aber sonst gefällt mir so richtig gut auch die witzige Idee, dass das Huhn so, dass die Eier da rausfliegen, die es explodiert, wie auch immer, finde ich wirklich richtig witzig und ein ziemlich in einem Stil gehaltener Banner, gefällt mir richtig gut. So, auf dem vierten Platz haben wir Duel mit DAS und Saito. Hier finde ich die Schrift, also hier Coupedo oder so, Coupedo, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist das irgendwie spanisch für Torpedo. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich wieder im Hintergrund, dass er diesen schwarz-weiß Stil halt so gemacht hat, nur dieses hellblau bei den Lampen so rausstechen lässt, finde ich richtig nice. Und, ähm, die Ränder gefällt mir auch sehr gut, vor allem hat er hier halt keine, ähm, unnötigen Effekte benutzt, bis auf diese Flares auf den Schwertern, aber die finde ich richtig gut. Ähm, also wirklich ein sehr cleaner Banner, der mir sehr, sehr gut gefällt. Vor allem die Ränder finde ich nice durchdacht, dass der so in die Kamera gehauen wird. Ähm, ja. Kommen wir zu Platz 3. Auf dem dritten Platz haben wir Gaming Nox Arts und ich finde es wirklich schade, dass das nicht höher geschafft wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Banner richtig nice aussieht, aber die Bearbeitung ist, finde ich, viel zu hell. Ich kann in der Mitte halt irgendwie überhaupt nichts erkennen. Also ich sehe, dass da unten DZN steht, aber E, F und am Ende ein O oder so. Also ich erkenne halt wirklich da nicht so viel, aber ich glaube, die Ränder sind halt richtig nice. Also vielleicht kann ich da jetzt leider nicht mehr geben, auch wenn er richtig gut aussieht. Also, ich weiß, ist ja nur irgendwie ein bisschen zu hell, ich weiß nicht. Also, ja. Aber ich finde die Ränder auch sehr gut, vor allem die Models da, diese z.B. rechts. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist das so ein Enterhaken oder so? Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Platz 3. So, auf dem zweiten Platz haben wir einen Banner von Sam C. Über, äh, von Steve the King. Ach du Scheiße. Ähm, naja. Ähm, ja, also der rechte Ränder gefällt mir richtig gut, dass er so ausholt und mit dem Schwert so versucht dann zuzuschlagen. So, im Hintergrund sind so die Zombies, die auf ihn lauern. Und das könnte man so sehen, dass rechts so der Anfang ist und links ist so das Ende, also halt, wo es weitergeht. Die, er hat gezeigt, was er drauf hat. Die Zombies rennen im Hintergrund weg. Das Schwert ist noch so im Kopf drin mit einem richtig nice Bluteffekt. Und er hat sich die Krone von dem, äh, Anführer-Zombie geklaut und ist jetzt der King Steve hier. Ich finde wirklich richtig gut, die Idee. Vor allem die Schrift gefällt mir so nice mit der Krone obendrauf und dieses 2D in der Mitte. Ich finde, richtig nicer Banner. So, auf Platz 1 haben wir Hansel. Und er hat gesagt, es sind nicht ein, wenn ich auf Englisch rede. Okay, also, hello Hansel, Hansel, was auch immer hier. Yo, I really like your banner. Ähm, especially this, äh, this Flash-Effekt in the middle for Stolen Soul, the O. Ähm, the lightning-Effekts are really awesome. Ähm, I'm zooming in right now. Ähm, not only, ähm, this lightning-Effekt, also the font. Ähm, I like how you edited, ähm, the glow-Effekts there. I haven't seen this anywhere, I mean, it's just your style, it's perfect with the ghoul and, um, the eye, it looks really realistic and especially the sword swipes on the left and the right, um, looks cool and, um, it, it looks more dynamic because of these, um, ähm, radial, äh, black stripes. I don't know, I can't even explain it in German. Ähm, but really nice banner, ähm, well-deserved. Yeah, number 1, ne? Also seht nächste Woche auch wieder eure Designs ein. Sorry, wenn mein Englisch grad bisschen scheiße ist. Ich hab mir das halt bisschen wie aufgeschrieben, was ich sagen will oder so. Und, ähm, ja, so wie gesagt, seit nächster Woche auch wieder eure Banner ein. Diese Woche war richtig krass. Und, ja, bis zum nächsten Mal.